Dieses zu veräußernde Fünf-Zimmer-Bauernhaus steht im Kreis Neuwied. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das im Jahr 1950 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus ist stufenlos zugänglich. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung, einen Keller sowie sieben Parkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 20.000 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 275.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Wüstenrot